ja genau kann ich 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 und was macht es jetzt trefft es mich nicht mehr das wird ein bisschen lauferei jetzt das heißt eher eine springerei da stehen aber mehr als ein wort also das steht ein ganzer aufsatz nicht nur ein wort ein händler vielleicht kann es jemand für euch übersetzen hallo der bist du okay 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 ich gehe schon das blut erbarmungslos gedütterter opfer von meiner rüstung tropft hallo hündchen ja du kannst weglaufen ich habe einen bogen ausrotten abwachsen eliminieren übern jordan schicken ein liebes pärchen getroffen dass keine dass keine banditen mehr sein wollen nein ein liebes pärchen dass kein bandit also zwei verliebte menschen die keine banditen mehr sein wollen kiste was nicht geht doch kaputt wenn ich sag du sollst kaputt gehen das war einfach das war nicht so einfach ich habe 50 mal hinziehen müssen bevor dieses händler endlich stirbt das gibt es ja nicht stirbt aber jetzt haben wir die händel da heldenhaft besiegt du tauchst was naja ich bin mehr am weg laufen als am kämpfen aber bitte diskrete dienste verrichten soll du bist wirklich nicht mein türfrüchte das war jetzt aber nicht sehr charmant miss ihr ich mein hallo und ihr verspeist eure eigenen geschlechtsteile hoch deathcom hoch hoch meraton und hemmungslos saufen ich ruf auch immer so nicht nur ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder also nicht wir sehen uns ihr seht nicht mal mich, ihr hört mir, ja, wurscht. Hä? Äh, daneben! Ja? Daneben! Autsch, jetzt nicht daneben. Na gut, einmal darfst du noch treffen. Was, du bist schon tot? Das war doch dieser, der die letzte Folge noch gesprochen hat. Äh, schwarzer Ring! Schwarzer Ring halt. Böser, schwarzer Ring. Mächtiger, schwarzer Ring. Irgendwas in der Richtung. Ha, 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 ha! Nein, nicht unterfallen! Ja, ganz schlimme Huster. Ups, 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 ups. Wau, 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 sie sind da schon wieder. Ganz schlimme Huster werde ich einfach rausschneiden. Also, stumm schalten, so in der Art. Oh! Hast du, frecher Kerl du! Ich muss ein Heilwissen finden! Okay, das geht, bringt mich um! Okay, das sollte ich vielleicht. Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Falle! Das ist eine Falle! Fuck! 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 Lass sie mich in Ruhe! Ich muss eine Heilwissen finden! Ja, 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 lauf einfach weiter! Dieses Gift bringt mich um! Lauf einfach weiter! So, genau! Wir laufen mal weg und verschaffen uns einen Überblick! Und! Ja, 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 ja! So, da! Bleibst du stehen! Bleib stehen! Ich muss eine Heilwissen finden! Komm, Schatzi! Dieses Gift bringt mich um! Du bringst sie um, nicht sie dich! Ich muss eine Heilwissen finden! Und! Ha! Wir speichern! Das war jetzt irgendwie cool! Ja, 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 ja! Tut's nah! Und tschüss! Dieses Gift bringt mich um! Ich muss ein Heilmittel finden! Na komm, er ist ja schon tot! Ich mein fast! Dieses Gift bringt mich um! Trankenwagen! Ich bin echt unfähig! Das gibt's ja nicht! Oh! Was ist das? Was ist das? Ich bin echt ung! Ich bin echt ung! Was ist das? Ich bin echt ung! Vielen Dank.